Ihr wollt endlich euer allererstes Hörspiel selber produzieren. Ihr habt ein Skript geschrieben, eure Freunde haben sich vor das Mikro gestellt und haben ein paar Sachen eingesprochen und jetzt wollt ihr loslegen und mit dem Dialogschnitt anfangen. Aber wisst ihr eigentlich, worauf es ankommt und was es zu beachten gilt? Wenn ihr mehr über Dialogschnitt wissen wollt, seid ihr in diesem Video genau richtig. Ich gebe euch ein paar Tipps, wie ich meine Hörspiele schneide. Bleibt einfach dran! Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Workshop möchte ich euch ein bisschen was über den Dialogschnitt erzählen. Und zwar würde ich ganz gerne den Workshop aufteilen in zwei Teile, auch in zwei Videos. Das bedeutet, in dem ersten Video erzähle ich euch so ein bisschen was über die Vorbereitung. Ich erzähle euch auch ein bisschen was über Audacity, wie man da die einzelnen Audio-Takes exportieren kann und dann auch zum Schluss, wie man das Projekt vorbereitet, das heißt, welche Projekteinstellungen ihr überhaupt machen müsst. Im zweiten Teil würde ich euch dann erklären, wie man genau den Dialogschnitt macht. Dazu gebe ich euch so ein paar Tipps, wie ich mein Projekt zum Beispiel arrangiere, wie ich die Sprecherspuren anlege und so weiter. Und das zeige ich euch, wie gesagt, im zweiten Teil. Jetzt aber geht es erstmal um den ersten Teil. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch kurz erwähnen, mit diesem Video richte ich mich in erster Linie an absolute Einsteiger, die noch überhaupt keine Erfahrung mit der Hörspielproduktion haben. Ich würde sagen, legen wir einfach los. Im ersten Schritt müsst ihr die Sprecher-Takes einmal organisieren, ihr müsst sie sammeln. Das heißt, ihr bekommt jetzt von ganz vielen Sprechern eure Takes und ihr müsst die jetzt für euer Projekt organisieren. In einem anderen Workshop hatte ich ja schon mal empfohlen, dass es sinnvoll wäre, wenn ihr in dem Skript jeden Sprecher-Take auch einer Nummer zuweist. Das bedeutet, der erste Take wäre zum Beispiel Take 001, der nächste Take wäre 002 und so weiter. Das hat den Vorteil, dass ihr die einzelnen Takes einfach direkt identifizieren könnt. Wenn ihr einen Retake braucht, könnt ihr einfach sagen, hör mal, ich brauche den Take 0055 nochmal neu. Dann könnt ihr im Skript einfach nachgucken und da steht dann drin, ach, das ist der spezielle Clip. Es hat aber noch einen weiteren Vorteil. Ihr könnt beim Schneiden einfach auch so die Reihenfolge schon festlegen. Das heißt, wenn ihr den Sprecher-Take 1 habt, folgt natürlich Sprecher-Take 2. Und so könnt ihr euch in eurem Projekt die einzelnen Takes schon mal zurechtlegen. Meistens ist es so, dass die Sprecher euch eine Spur schicken, beziehungsweise ein Audio-File, in dem alle Clips enthalten sind. Ihr müsst also hingehen, euch die entsprechenden Clips raussuchen, die in Stücke zerschneiden und exportieren. Und genau da habe ich schon euren ersten Tipp. Und zwar benutze ich dafür immer ganz gerne Audacity. In Audacity habt ihr die Möglichkeit, eine Sprecherspur in ganz viele Einzelteile zu zerlegen. Und ihr könnt auch gleich die Benennung richtig machen. Und ihr könnt auch in einem Schritt alle exportieren. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Bevor ich euch Audacity erkläre, möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, wie ich meine Projekte auf meiner Festplatte vorher organisiere, welche Ordnerstrukturen ich benutze, damit ich mich in dem Projekt relativ schnell und zügig zurechtfinde. Ihr seht schon hier, ich habe eine ganze Reihe Ordner angelegt. Da haben wir einen Script-Ordner, den Sprecher-Take-Ordner, Cover-Ordner, Foto und so weiter. Und natürlich hier auch den Cubase-Projekte-Ordner. Da habe ich alle meine Cubase-Projekte drin gesammelt, inklusive der Audio-Files. Die Original-Sprecher-Takes, die ich bekommen habe, sammle ich hier. Und ihr seht schon, ich habe hier für jeden Sprecher einen einzelnen Ordner angelegt. Darin befinden sich die Originale und darin befinden sich auch die Dateien, die ich mit Audacity exportiert habe. Wir gucken uns gleich die Aufnahme von Marco an. Und ich zeige euch mal, wie das hier später im Projekt aussieht. Ihr seht hier, also das hier sind die Audacity-Files, also die Projekte, die ich gespeichert habe. Und das hier unten, das sind jetzt die ganzen Audio-Files, die ich exportiert habe. Und ihr seht schon hier bei der Nummerierung, Simon ist die Rolle. Dann Klammer auf 01, das bedeutet 01 ist das Kapitel 1. Und dann kommt mit einem Bindestrich getrennt die Take-Nummer. Und das habe ich so weiter fortgeführt. Ihr seht hier unten, das ist dann die Rolle von Simon aus Kapitel 2. Ich finde, es ist einfach nur übersichtlicher und es ist einfacher mit den Daten zu hantieren. Ihr werdet später auch sehen, wenn ihr einzelne Projekte anlegt, also einzelne Cubase-Projekte oder einzelne Szenen, dass es sinnvoll ist, wenn ihr vorher schon seht, welcher Take gehört zu welchem Kapitel. Kommen wir dann noch hier zum Cubase-Projekte-Ordner, nur damit ihr das mal gesehen habt. Ihr seht auch hier habe ich wieder Ordner angelegt. Jede Szene hat seinen eigenen Ordner. Gucken wir mal rein. Das hier sind die Cubase-Projekte, das ist das Cubase-File. Und hier, das sind die Ordner, die Cubase direkt anlädt. Und hier in dem Ordner sind zum Beispiel alle Audio-Files, die ich in dem Cubase-Projekt verwendet habe. Aber dazu später mehr. Was ich euch hiermit eigentlich nur zeigen möchte, ist, dass es wichtig ist oder dass es sinnvoll ist, dass ihr eine vernünftige Ordnerstruktur habt, in der ihr euch wirklich sehr schnell zurechtfindet. Kommen wir aber zu Audacity. Ich möchte euch in Audacity jetzt keinen Grundkurs geben und euch alle grundlegenden Funktionen erklären, sondern ich möchte mich in diesem Tutorial wirklich nur auf den Export von mehreren Dateien konzentrieren. Zuallererst kontrollieren wir einmal, in was für einem Format liegt das Audio-File vor. Und ich habe vorhin schon hier nachgeschaut. Wir haben hier, ihr könnt es hier auf der rechten Seite sehen, es ist in 44,1 KHz aufgenommen. Die Bitzahl soll es uns jetzt erstmal legal sein. Und genau das müssen wir auch jetzt erstmal in Audacity einstellen. Und zwar die Einstellung seht ihr hier unten. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Es ist schon richtig voreingestellt. Es kann natürlich auch sein, dass die Aufnahmen, die ihr bekommt, zum Beispiel in 48.000 KHz vorlegen. Dann müsst ihr natürlich hier 48.000 KHz aussuchen. Äh, 48.000 Hz aussuchen. Genau. Wir bleiben aber bei 44,1 KHz. So. Ziehen wir einfach mal das Audio-File hier rein und gucken, was passiert. Es öffnet sich eine Dialogbox. Und zwar können wir hier unten auswählen, welche Import-Methode wir wählen möchten. Da gibt es zum einen Dateien vor der Bearbeitung kopieren oder Dateien direkt aus dem Original lesen. Ich benutze immer die erste Variante, weil es bedeutet, er legt quasi eine Kopie an, die wir dann verändern. Und das Original auf der Festplatte wird davon nicht betroffen. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, nehmt immer die erste Variante, Dateien vor der Bearbeitung kopieren. Drücken wir mal auf OK. Jetzt seht ihr hier die Aufnahme, die der Marco mir zur Verfügung gestellt hat. Ich mache mal einmal die Ansicht ein bisschen größer, damit wir da auch was sehen. Hier auch noch ein bisschen größer. Der erste Schritt, den wir machen, ist, wir müssen eine Textspur erstellen. Das machen wir wie folgt. Wir gehen hier oben auf Spuren, Neu hinzufügen, Textspuren. So. Hier seht ihr, haben wir eine Textspur hinzugefügt. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt eine Textmarke erstellen. Und die benennen wir so, wie wir es im Skript gemacht haben, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Wir gehen einfach hier hin. Wählen die entsprechende Stelle aus. Gehen dann auf Bearbeiten. Textmarken. Textmarke bei Auswahl hinzufügen. Merkt euch der Einfachheit halber. Ctrl B. Das ist der Shortcut dafür. Damit könnt ihr immer eine Textmarke erstellen. Klicken wir einmal an. Und wir sehen jetzt hier unten, haben wir in der Textspur eine Marke erstellt. Und zwar haben wir eine Marke erstellt, die hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und zwar genau da, wo wir die Auswahl getroffen haben. Und wir könnten jetzt hier noch hingehen und ein bisschen fein justieren. Ihr seht, wenn ich jetzt hier auf diesen inneren weißen Pfeil klicke, kann ich die Auswahl noch so ein bisschen verändern. Größer, kleiner machen. Das kann ich auf der anderen Seite auch noch. Oder ich könnte hingehen, wenn ich an diesem äußeren Punkt anfasse, könnte ich die ganze Auswahl, so wie sie ist, komplett verschieben. Jetzt müssen wir nur noch der Textmarke einen Namen verpassen. Das machen wir genauso, wie wir es vorhin gesehen haben. Die Rolle ist Simon. Es ist das erste Kapitel. Ich mache das mal weg, damit man es sieht. Bindestrich und der erste Kapitel. Take. Die Nummern stimmen jetzt natürlich nicht exakt mit dem Skript überein, aber ich will euch nur exemplarisch zeigen, wie es funktioniert. Okay. Sagen wir, das hier wäre dann Take Nummer 2. Wir drücken Ctrl-B. Tippen wieder ein. Simon, Kapitel 1. Das ist Take 002. Damit wir jetzt nicht die ganze Zeit tippen müssen, machen wir einfach eine Kopie von dem Text und fügen später alles wieder ein. Jetzt kann es aber sein, dass wir sagen, ich bin mir bei diesem Take nicht so ganz sicher. Später im Dialog kann es sein, dass ich vielleicht doch eine Variante bräuchte. Dass er vielleicht im ersten Moment spricht er das oder in der ersten Variante spricht das etwas ruhiger. In der zweiten Variante ist er vielleicht etwas aggressiver. Und wenn wir das vorher noch nicht so wissen, können wir einfach Varianten anlegen. Ich mache das immer, ich füge einfach ein A dahinter. Dann weiß ich automatisch, oh, wenn es eine Variante A gibt, wird es vermutlich auch eine Variante B geben. Und die legen wir jetzt auch an. Ctrl-B. Ctrl-V für Einfügen und nennen das B. Es ist quasi der gleiche Take, nur eine Variante davon. Ich werde euch im Teil 2 nochmal genauer erklären, warum das wichtig ist oder warum es von Vorteil ist, wenn ihr euch auch Varianten speichert. Wollen wir aber jetzt einfach hier mal weitermachen. Und zwar fügen wir jetzt hier noch eine weitere Textmarke hinzu. Ctrl-B, Ctrl-V. Sagen, das ist 3. Ctrl-B, Ctrl-V und das ist 4. So, wir haben jetzt hier schon einige Textmarken benannt. Und ihr seht, hier gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Und der Vorteil davon ist einfach, dass ihr euch, also die Arbeit, die wir uns jetzt machen, die spart ihr später euch im Dialogschnitt. Und es ist ziemlich nervig, wenn ihr im Dialogschnitt ellenlange Spuren habt, wo ihr noch nach einzelnen Takes suchen müsst. Weil es kann sein, dass in einer Szene 4, 5, 6, 7 Leute beteiligt sind. Und deswegen ist es viel praktischer, wenn ihr schon die richtigen Takes, die ihr braucht habt, dass sie so vorliegen, wie ihr sie braucht. Und was wir jetzt im nächsten Schritt machen müssen, ist einfach die Dateien zu exportieren. Da gehen wir hier oben auf Dateien, Exportieren. Mehrere exportieren, ganz wichtig. Klicken wir mal drauf. So, ich habe hier oben schon den richtigen Pfad. Ich empfehle euch natürlich, da wo die Original-Tags liegen, da würde ich auch die einzelnen Clips wiederum exportieren, damit ihr alles beisammen habt. Und ganz wichtig, hier unten muss markiert sein, Textmarken. Und auf der anderen Seite, bei Dateien benennen, müsst ihr natürlich den Dateinamen der Textmarken übernehmen. Alles schon richtig eingestellt. Wave-Format lassen wir auch. Weil, das wollen wir ja haben. Und wir klicken einfach mal auf Exportieren. So. Ihr seht jetzt hier schon, kommt wieder ein Dialogfenster. Und hier sehen wir, diese Dateien hat er exportiert. Und das deckt sich auch mit dem, was wir hier oben sehen. Gehen wir nochmal hier auf der rechten Seite zu unserem Ordner. Und hier liegen auch die Original-Audio-Files, so wie wir sie exportiert haben und genau so, wie wir das brauchen. Kommen wir zu Schritt 2, die Projekteinstellung. Hier ist es natürlich abhängig davon, mit welchem Programm ihr arbeitet. Ich selber arbeite hier mit Cubase Elements 9.5. Und da kann ich euch einfach mal zeigen, wie ich bei meinen Hörspielen die Projekteinstellung vornehme. Das sind erstmal ganz allgemeine Einstellungen. Und dann zeige ich euch nochmal, wie ich quasi den Dialogschnitt vorbereite, bevor ich mit dem Schneiden auch wirklich anfange. Also, dranbleiben. Der Einfachheit halber habe ich jetzt einmal hier einen Ordner erstellt auf meinem Desktop, der da heißt Cubase Dialogschnitt. Und da sage ich Cubase später, da soll er bitte alle projektbezogenen Daten abspeichern. Dann öffnen wir also einmal Cubase. Und wir erzeugen einmal ein leeres Projekt. Auf dem Desktop liegt unser Ordner. Diesen wählen wir hier aus. Sagen OK. Machen wir mal in groß. Und wir haben jetzt ein leeres Projekt erstellt. Ihr seht, hier sind keine Spuren, hier ist nichts drin. Und das müssen wir alles gleich erst noch erstellen. Bevor wir das machen, müssen wir aber einmal in die Projekteinstellung gucken. Das geht hier oben auf Projekt, dann Projekteinstellung. Uns interessiert hier in erster Linie die Sample Rate und die Bit Tiefe. Das sollte natürlich euren Audio Files entsprechen, die ihr bekommen habt oder die ihr selber aufgenommen habt. Es kann natürlich mal sein, wenn ihr von externen Audio Files bekommt, die jetzt eine andere Sample Rate haben. Zum Beispiel in 44,1 oder 32 Bit. Würde ich euch empfehlen, ihr macht es entweder so, ihr nehmt die größte Schnittmenge und tragt die hier ein. Also wenn die meisten Files 48 KHz und 16 Bit haben, tragt ihr das so ein. Oder ihr nehmt das höchste an KHz, was in euren Audio Files enthalten ist. Also ich mache es immer so, ich stelle es immer automatisch auf 48 KHz und 16 Bit, weil die meisten Aufnahmen, die ich mache, sind genau in diesem Format. Klicken wir mal auf OK. Das nächste, was ich mache für meine Projekte, ist eine Ordnerstruktur erstellen. Die Ordner legt ihr wie folgt an. Ihr klickt einfach hier auf die Eingangs- und Ausgangskanäle, rechte Maustaste und sagt Ordner hinzufügen. Und mein erster Ordner ist immer der Sprecherordner. Hier kommen alle Sprecherspuren rein. Der nächste Ordner ist Geräusche. Hier kommen logischerweise alle Geräusche rein. Dann gibt es noch den Ordner Atmo für Atmosphäre. Hier würden, wenn ihr zum Beispiel eine Outdoor-Szene habt, würden Sachen reinkommen wie Vogelgezwitscher, Menschen sind im Hintergrund, Verkehr ist im Hintergrund, Wind und so weiter. Also alles, was so die Atmosphäre so ein bisschen anreichert, das würde ich dann hier rein tun. Als letztes gibt es dann noch den Ordner Raumhall. Und hier würden alle Effektspuren reinkommen, die ihr mit einem Raumhall verseht. Damit das Ganze sich optisch auch noch ein bisschen abhebt, verpasse ich denen jetzt hier allen noch eine Farbe. Ihr geht dann hier oben auf den Inspektor, auf Geräusche. Und hier neben seht ihr so einen kleinen Pfeil. Da müsst ihr einfach nur drüber gehen. Und dann öffnet sich das automatisch hier. Und bei mir ist es immer, Geräusche sind in so einem Blau, Farbe 10. Die Atmo ist immer so lila, das ist die Nummer 13. Und Raumhall, damit es auffällig ist, bekommt bei mir die Farbe rot. Dann fehlen natürlich jetzt noch unsere Sprecher. Wenn wir bei Motorum-Kibus bleiben würden, würde ich jetzt sagen, es gibt eine Szene, da sind jetzt unsere Protagonisten. Und dann müsste ich dafür jetzt natürlich auch die Audiospuren anlegen. Auch wieder rechte Maustaste, Spur hinzufügen. Und hier kann ich jetzt sagen, kann ich jetzt den Spurnamen eingeben und ich sage, das ist die Spur für Jan. Und könnte jetzt hier noch eingeben, je nachdem wie die Sprache aufgenommen wurde, entweder als Mono oder als Stereo, muss ich das hier natürlich auch eintragen. Ich selber nehme natürlich auch in Mono auf, deswegen meistens ist es so, dass die Kondensator-Mikros in Mono aufnehmen. Deswegen bin ich hier mit Mono alles, deswegen hätte ich gesagt, Mono ist okay. Wenn es in Stereo aufgenommen wurde, natürlich Stereo auswählen. Spur hinzufügen. Dann wiederholen wir das noch ein paar Mal. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, das sind die Sprecherspuren. Die legen wir genauso an wie die Ordner, rechte Maustaste und hier oben direkt Spur hinzufügen, Audio. Wir können dann hier einen Spurnamen vergeben. Das wäre jetzt zum Beispiel Jan. Und dann kann man noch überlegen, oder wir können hier noch auswählen, soll es eine Mono- oder eine Stereo-Spur sein. Das hängt natürlich davon ab, wie die Aufnahme gemacht wurde. Wenn sie in Mono gemacht wurde, wählt ihr natürlich Mono aus. Wenn sie in Stereo gemacht wurde, kommt ihr natürlich Stereo hin. So, lang einfach Spur hinzufügen. Dann haben wir noch die Laura. Also wenn wir jetzt bei Motorum Keybus bleiben, wären das Jan, Laura, Simon und Karin. Und diese möchte ich auch in den Sprecherordner verschieben. Ich klicke einfach die erste Spur an, halte Shift gedrückt, klicke die letzte Audiospur an, die ich verschieben möchte. Und alles, was dazwischen liegt, ist auch mit ausgewählt. Und dann muss ich es nur noch hier in diesen Ordner verschieben. Und jetzt kann ich genau das machen, was ich vorhin erklärt habe. Ich kann die Ordner auf und zuklappen und damit verschwinden auch die Audiospuren. Das bedeutet, wenn ihr euch vorstellt, wie gesagt, 48 Spuren kann ich hier laden. Das kann sehr unübersichtlich sein. Und wenn ich dann eben nur die Sprecher bearbeiten möchte, könnte ich so Geräusche, Atmo, Raum halt zum Beispiel einfach ausblenden. Oder ich könnte halt die Sprecher ausblenden und nur die Geräusche anzeigen lassen. Es hat also einfach was mit Übersicht zu tun und das finde ich bei Projekten immer sehr wichtig. Okay. Dann fehlt eigentlich nur noch, dass wir auch die Sprecher optisch so ein bisschen abheben, indem wir denen eine Farbe verpassen. Ich sage jetzt mal hier Orange. Das Gelb. Dann noch ein Grün. Und die Karin bekommt hier ein schönes Pink. Der letzte Schritt wäre jetzt einfach nur noch zu sagen, wir müssten das Projekt speichern. Das heißt, wir gehen hier oben auf Datei, sagen Speichern unter, suchen uns den richtigen Pfad aus. Also da, wo wir das Projekt hinspeichern wollen, speichern. Und damit wäre auch die Vorbereitung erst einmal abgeschlossen. Und alles weitere würde ich euch dann im Dialogschnitt im Teil 2 erklären. Das war der erste Teil von dem Workshop Dialogschnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte so einige Fragen beantworten und euch auch vielleicht die Angst nehmen, endlich mit so einem Hörspielprojekt anzufangen. Weil ich weiß, am Anfang ist das echt eine Menge Holz. Es kommen viele Fragen auf. Und genau dafür mache ich ja diesen Workshop. Wenn es euch gefallen hat, fände ich es klasse, wenn ihr mir einfach ein Like da lasst. Und natürlich meinen Kanal abonniert, damit ihr keine Videos verpasst oder auch meine Hörspiele. Und falls noch Fragen sind, stellt mir die einfach in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen wie immer sehr gerne. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Hört Hörspiele und wir sehen uns im zweiten Teil. Ciao. 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 Ciao.